Güstrow erleben. Gewohnt anders. Mit der Wohnungsgesellschaft Güstrow. Vielleicht möchten Sie Ihre Frau zum Frauentag mit einem Candlelight-Dinner verwöhnen? Das wäre im Wildpark MV möglich. Das Ganze wird mit einer Wolfswanderung verbunden und einem Sektempfang. Anmeldungen sind unbedingt erwünscht. In Kürze starten die Radwanderer Ü50 wieder in ihre Saison. Am 18. März geht es nach Ganscho. Die Strecke ist etwa 23 Kilometer lang. Eine gute Eingewöhnung. Vielleicht merken Sie sich diesen Termin schon einmal vor. Alljährlich laden die Heilerziehungspfleger zu einer Motto-Party ein. Diesmal beginnt sie am 10. März um 19 Uhr im Stuck. Wer hier dabei sein möchte, sollte entsprechend gekleidet sein. Viel Spaß, Spiel und Tanz sind vorprogrammiert. Erlieben Sie Güstrow. Mit freundlicher Unterstützung der Wohnungsgesellschaft Güstrow. Informationen zur WGG erhalten Sie unter 03843 7500 oder auf www.wgg-gestrow.de